Der erste Blick und der erste Kontakt, ich schau auf deinen Display, wie du merkst werd ich schwach. Ich seh den Akku und ich will dich jetzt, ich bin in Stimmung und ich will die Apps. Ich geh in die Küche und du kommst mit, ohne Druck aber ich krieg grad Hunger. Aber was seh ich denn da, der Kühlschrank ist komplett leer. Mama, es gibt kein Essen mehr. Gib mir Essen, gib mir Trinken, gib mir Handy. Gib mir Essen, gib mir Trinken, gib mir Handy. Du weißt genau das brauche ich, denn ich will mal Zeit für mich. Gib mir Essen, gib mir Trinken, gib mir Handy. Gib mir Essen, gib mir Trinken, gib mir Handy. Essen ist mein Hobby, du weißt, dass ich es will. Es wird jetzt wild, so wie im Fernsehen. Kind, was redest du denn da? Jetzt geh endlich in dein Zimmer. Auch gibt es nicht noch etwas zu essen. Guck doch selber mal nach. Ich gehe in die Küche, doch was ich dann sehe... Mama, es gibt kein Essen mehr. Gib mir Essen, gib mir Trinken, gib mir Handy. Gib mir Essen, gib mir Trinken, gib mir Handy. Du weißt genau das brauche ich, denn ich will mal Zeit für mich. Gib mir Essen, gib mir Trinken, gib mir Handy. Gib mir Essen, gib mir Trinken, gib mir Handy. Du weißt genau das brauche ich, denn ich will mal Zeit für mich.